Das ist der ganz große erste Punkt, den wir gerade sehen im Markt. Eine Riesenveränderung, die sehr viele Coaches und Berater betreffen wird. Und alle, die das nicht merken und die darauf nicht achten, ja, das nächste Jahr wahrscheinlich sogar das ganze Geschäft kosten werden, was dann zu einer Insolvenz im schlimmsten Fall führen wird. Du verkaufst und vermarktest digitale Produkte wie E-Books oder Online-Kurse oder bis Kunde und überlegst, in solche Produkte zu investieren, dann pass jetzt sehr gut auf. Denn wie viele schon mitbekommen haben, haben wir aktuell eine sehr massive Veränderung des Marktes hinsichtlich digitaler Online-Produkte. Viele haben bereits festgestellt im Jahr 2023, dass ihre Verkäufe stark zurückgehen und dass Online-Kurse und weitere digitale Produkte einfach nicht mehr so gut funktionieren wie die letzten Jahre noch. Wir haben sogar Business-Coaches gesehen aus der Instagram-Bubble, die öffentlich zugegeben haben, dass sie dieses Jahr deutlich weniger Umsatz gemacht haben mit deutlich mehr Werbekosten für ihre sogenannten Coachings, die vielmehr aber reine Online-Kurse und Abfrühstückspakete sind. Und in diesem Video wollen wir einmal in die Tiefe eintauchen, wieso Online-Kurse im Jahr 2024 nicht mehr funktionieren werden. Und was du jetzt wissen musst, um von dieser Veränderung auch noch zu profitieren. Machen wir also nochmal einen kurzen Zeitsprung und schauen uns an, was sind digitale Produkte überhaupt und warum waren sie die letzten Jahre so populär. Digitale Produkte sind im Wesentlichen eine reine Wissensvermittlung. Also beispielsweise ein Instagram-Coach, der dir beibringt, wie du dein Instagram-Profil schöner designen kannst. Und dann kaufst du einen Online-Kurs, hast dann eine schöne Feed-Vorlage, hast ein paar Strategien, mal besser, mal schlechter und die kannst du jetzt einfach abarbeiten. Und was wir sehen durch Veränderungen wie unter anderem künstliche Intelligenz, aber auch dadurch, dass einfach sehr viele Verbraucher und Unternehmer, die die letzten Jahre Online-Kurse und dergleichen gekauft haben, dass diese einfach merken, das bringt sie nicht wirklich voran. Dein Kunde möchte immer eine Transformation, der möchte kein Wissen. Wissen ist in unserer heutigen Wissensgesellschaft im Überfluss vorhanden. Wenn ich mein Instagram-Profil schöner gestalten will, dann finde ich mittlerweile 30 YouTube-Videos dazu oder sogar noch mehr, wie ich das hinkriegen kann. Und zu jedem Thema, egal ob du Abnehm-Coach bist, Achtsamkeitstrainer, Selbstliebe-Coach, warum kann dein Kunde nicht einfach eine KI konsultieren oder in Google eingeben, wie löse ich dieses Problem und der wird garantiert eine Antwort darauf erhalten. Reine Wissensvermittlung ist für den Kunden in unserem heutigen Markt nicht mehr attraktiv. Und deswegen sehen wir auch so einen starken Rückgang in den Verkäufen von Produkten, die Wissen vermitteln und keine nachhaltige Transformation bewirken. Und das kann ein Online-Kurs und ein E-Book eben per Definition gar nicht. Weil Transformation entsteht immer durch den persönlichen, individuellen Kontakt mit dem Kunden, durch externe Motivation und durch externe Impulse, durch jemanden, der einfach einen klaren Fahrplan vorgibt und, wenn es nötig ist, auch mal den nötigen Arschtritt verpasst. Das ist der ganz große erste Punkt, den wir gerade sehen im Markt. Eine Riesenveränderung, die sehr viele Coaches und Berater betreffen wird. Und alle, die das nicht merken und die darauf nicht achten, ja, das nächste Jahr wahrscheinlich sogar das ganze Geschäft kosten werden, was dann zu einer Insolvenz im schlimmsten Fall führen wird. Punkt Nummer zwei. Wieso waren Online-Kurse und digitale Produkte die letzten Jahre so populär? Und das ist eben der große Traum, vielleicht sogar eher Mythos, von dem passiven Einkommen. Der Wunsch, Geld zu verdienen, ohne Zeit zu investieren. Und das mag auch funktionieren. Das funktioniert ab einem gewissen Punkt natürlich auch, wenn man das Ganze richtig angeht. Aber viele Selbstständige gehen mit der komplett falschen Erwartungshaltung an ihr Geschäft und ihre Selbstständigkeit ran, indem sie sagen, ich muss ab Tag eins am besten gar nicht mehr arbeiten, ich stelle meinem Kunden hier einfach einen Kurs hin, den soll er sich angucken und ich verdiene Geld im Schlaf. Das mag für den Coach vielleicht schön sein, dem Kunden bringt es aber überhaupt nichts. Also wenn man sich offizielle Statistiken anschaut, dann kann man sagen, und wir haben auch mit vielen Coaches und Marktbegleitern besprochen, dass sie eine maximale Erfolgsquote von fünf bis zehn Prozent ihrer Kunden haben. Und das ist doch lächerlich. Also wenn hundert Leute ein Produkt kaufen und nur zehn wären erfolgreich, dann müssen wir sagen, der Markt hat entschieden, dieses Produkt ist schlecht, das will niemand haben. Und das führt zu einer schlechten, negativen Reputation. Die nächsten Jahre, du kannst dir deine komplette Marke und Selbstständigkeit zerbersten, wenn du mit Online-Kursen arbeitest und eben nicht deine Kunden wirklich nachhaltig transformierst und erfolgreich machst. Also, was ist jetzt die Lösung? Wie schaffst du es, deine Kunden wirklich langfristig an dich zu binden? Dass sie sagen, okay, ich will mit denen langfristig arbeiten. Das, was du mir hier verkauft hast, das hat mich wirklich vorangebracht. Ich empfehle dich jetzt sogar weiter. Also davon, wo jede Selbstständigkeit leibt und lebt. Und das schaffen wir eben nur durch den individuellen Kontakt mit dem Kunden. Wie bereits erwähnt, das Wissen ist sekundär in der heutigen Gesellschaft. Was wirklich wichtig ist, ist die persönliche Transformation, der persönliche Austausch mit dem Kunden. Genau aus dem Grund haben wir beispielsweise jetzt schon seit über einem Jahr 30 Live-Calls jede Woche mit unseren Kunden über einen Zeitraum von sechs Monaten. Also rechne dir das mal aus. Jede Woche 30 Live-Calls über sechs Monate. Hinzu kommt, dass jeder Kunde sogar noch einen persönlichen Ansprechpartner hat mit 1 zu 1 Calls. Persönlicher geht es nicht. Und das ist genau das, was wir gerade auch sehen, dass wir so einen hohen Zufluss bei uns haben. Wir haben sehr viele Anfragen, weil es natürlich attraktiv ist für Menschen, die sagen, ich will jetzt wirklich mal vorankommen. Ich will nicht den nächsten tausendsten Online-Kurs kaufen und den nächsten Business-Coach in seinem Lounge bereichern, sondern ich will jetzt mal mein Business und meine Herzensmission voranbringen und wirklich ein freies und selbstbestimmtes Leben führen. Also nochmal ein paar abschließende Worte und ein Appell an Online-Coaches da draußen. Digitale Produkte, Online-Kurse werden nicht mehr gut funktionieren. Das ist meine Prognose für 2024. Der Markt will es nicht mehr. Es ist ausgelutscht. Die Leute haben sich die letzten Jahre noch und nöcher die Finger verbrannt an Online-Kursen, die einfach nichts taugen. Wenn du dich jetzt von deinen ganzen Marktbegleitern abheben möchtest und deine Kunden gleichzeitig wirklich nachhaltig transformieren möchtest, sodass sie sich weiterempfehlen, dass sie langfristig mit dir arbeiten, dann schau, dass du eine individuelle Betreuung anbietest, dass du im besten Fall sogar 1 zu 1 mit deinen Leuten arbeitest oder wenn du eine Academy hast und dich auch nachhaltig rausnehmen möchtest aus dem Tagesgeschäft, was wir auch mit sehr vielen Kunden natürlich machen, dann schau, dass dein Produkt einfach so individuell aufgestellt ist, ohne dass es dich persönlich braucht, dass deine Kunden aber wirklich in ihrer Individualität abgeholt werden. Wenn das jetzt für dich spannend ist und du sagst, okay, ich möchte mein Geschäft voranbringen, ich möchte jemanden, der mich 1 zu 1 und individuell an die Hand nimmt, dann melde dich jetzt sehr gerne für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns. Wir nehmen uns sehr gerne bis zu einer Stunde für dich die Zeit, komplett kostenlos, machen einfach mal eine Analyse deines Geschäfts, deiner Angebote, deiner Positionierung, schauen uns an, wie gut du da aufgestellt bist und ob du die Chance hast, im Jahr 2024 dann auch wirklich nachhaltig Kunden anzuziehen für dein Herzensbusiness. Also melde dich sehr gerne und abonniere auf jeden Fall auch hier den YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen, rund um das Thema Positionierung, Angebotsgestaltung und Entwicklung des Coaching-Marktes in unserer heutigen Gesellschaft. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.